damit herzlich willkommen ihr geilen zuschauer hier zu diesem neuen video of horror heaven ja wahrscheinlich werden es mehrere videos ich weiß es noch nicht ganz genau ich kann nicht ganz ausmalen wie lang dieses spiel wird irgendwie schwanken die angaben da zwischen einer stunde und vier stunden eine stunde lade ich das ganze so vier stunden kriegst in mehreren teilen auf jeden fall ja es ist relativ fresh auf dem markt noch bin selber schon ganz gespannt also alleine das begrüßung hier ist ja schon sehr spooky die puppe sieht gruselig aus der hintergrund die grafik sieht sehr geil aus meine kamera muss diesmal leider unten links sein es ist vielleicht ein bisschen irritierend aber da ist sie am wenigsten im weg beim spiel geschehen ja freut mich dass ihr wieder dabei seid wie immer viel spaß beim anschauen und jetzt habe ich lange genug gelabert jetzt geht's los hier die mama ich mache mir mal weg ok 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 es ist kein video es ist kein video es sieht grafisch sehr geil aus also dann bin ich schon mal sehr überrascht dass das so gut aussieht die puppe bewegt sich das haben die echt gut gemacht alles was wir über akte 36 wissen hat ein bezug zur person henrietta catwalk anscheinend war sie eine übellaunige einsicht darin die von ihren mitbürgern um jeden preis gemieden wurden wurde aber das meiste an weiteren informationen über sie ist nicht mehr vorhanden als wäre es vorsätzlich verborgen worden der verkäufer der unser team die puppe über gab gab an dass er sie in einem verlassenen dorf im süden gefunden hat ja fängt ja schon mal sehr spooky an das ganze hat mich so ein bisschen am the shell erinnert falls jemand den film hier kennt die grafik ist bombastischer ok erinnerung ich sollte erinnerung erlangen drei fotos finden vier verlorene masken im haus aufspüren und es gibt kerzen kerzen wurden seit urzeiten dazu benutzt den weg zu erleuchten die hexen der vergangenen zeit fanden heraus dass die farbe des kerzen wachs ist da haben sie mal wieder nicht über sehr richtig übersetzt mit ch im deutschen die spirituelle energie ihres lichtes darstellt die gelbe kerze ist natürliches licht gegen böse erscheinungen als nützliches licht nicht natürliches licht die einen können nicht schreiben der andere kann nicht lesen da haben sie ja zwei gesucht und gefunden hier mal wieder das information warum warum kraft stehe die wand an sind wir ein er ja mein körper ja nice und ein schatten und wir lieben diese wand und wie nice ist das sein gemacht er lässt sogar verletzt das kerzen wachs abtropfen damit es sie nicht über die hand läuft und es ist sogar so ein wachsfleck am boden bein auch die kackalacke ist das die junge henrietta oh jetzt sogar ein bild von ihrem ersten opfer an der wand ja das ist ja so ein bekanntes bild das ist ja auch tatsächlich existent gab es heute aber ich werde versuchen ihn so viel wie möglich dieser stelle zu erklären nein das ist das bin ich nicht dass er fehlt an dieser stelle zu erklären wenn am wort drinne fehlt kommt man in stolpern irgendwie seit meiner kindheit fühlte ich dass ich irgendwie anders war als die anderen im früheren lebensjahren entwickelte ich ein einzigartiges interesse an dingen die gewöhnlichen leuten verboten waren vor allem für frauen nachdem ich ein buch über hexenkräfte gelesen hatte wurde ich immer neugieriger und unruhiger beim thema okkultismus nicht nur wegen ihrer faszinierenden geschichte sondern auch wegen ihrer versprechen auf wissen über diese welt als ich heran wuchs blühte meine leidenschaft für zauberei auf das faszinierend wie einfache mixturen aus substanzen das leben eines einzelnen komplett verändern kann sowie meines als bibliothekarin war ich in der lage die meiste zeit meines lebens meine büchern zu widmen bücher die nicht nur geschichten verbergen sondern auch echte wahrheiten er steht in dem dicken wälzer nicht drin pro seite ein buchstabe warum fester die wand nur an einigen stellen an wenn ich stehen bleib was war das mal gucken gehen nix ich glaube die kerze brennt auch runter vermittlung und geisterjäger geht ab hier ja aber selbstverständlich drehen wir die ach da nur tatsächlich das ist ja echt mit diesem countdown und sowas muss man erst mal klarkommen ein monocle das mono nicht ein monocle es ist das monocle ein optisches hilfsmittel das in vergangenen zeiten dazu benutzt wurde um versteckte nachrichten auf wänden zu erkennen eigentlich war monocle einfach nur eine art von brille ich glaube für leute die sich zwei gläser nicht leisten konnten oder sogar ok das sieht immer so aus ja hau raus das monocle ich glaube ich sollte mal ein paar meter machen jetzt hier bevor die kerze hier ganz weg ist ich kann ja auch nichts dafür ich muss mir die nachrichten durchlesen ich muss hier rätsel knacken ich muss mir bilder von so verrückten alten angucken es ist so nice gemacht jetzt muss er sogar die kerze umgreifen geht bei dem alten schlüsselloch gucken was steht denn da das sieht ja vielversprechend aus ich will da nicht durchgucken ich will die tür aufmachen scheint ja nicht so gut zu klappen ein beschädigtes notizbuch kann man doch noch lesen naja ich versuche es sicher im päckchen was ist denn im päckchen mich interessiert sowas jetzt spielfigur 0 ein schieds ähm wir stehen glaube ich hier gleich ein rieter wir brauchen mal ein paar neue kerzen hier wer ist denn damit es sieht aus wie eine foto von einem mann aber sein Gesicht ist zerbrochen ja die guten alten zerkratzten fotos wir lieben wir kennen und lieben sie aus 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 all den hunderten von spielen in denen sie rumliegen ich meine die kerze beschützt uns ja auch ne ein ziemlich beschädigte keramik ente knack knack locket ich bin mal gespannt wenn die kerze gleich runter gebrannt ist denn henrietta hier gleich richtig amok läuft ok er wechselt direkt sobald ich eine neue zur verfügung habe sieht wichtig aus dass sogar ein siegel drauf irgendwas mit einem siegel ist immer wichtig ein altes buch mit einem furchteinflößenden umschlag das ist das necronomicon alter das ist auf jeden fall das eine buch vielleicht mal hier henrietta du musst doch nicht gleich die kopf verlieren ach da ist er ja das ist so dunkel hier warum brennen die kerze nicht mehr wir machen hier viel besser nicht mehr so laut oha guck mal hier was kommen wir denn hier ja was bringt mir denn das wissen jetzt dass das ein herz ist ich meine ich kann ja sonst nichts damit machen hm hm vom weiten betrachten ja ich habe keine ahnung ich habe nur eine kerze das ist also ich brauche jetzt auch gar nicht ins inventar gucken oder so ich habe ja noch gar nichts aufgesehen hey ich habe einen achievement gekriegt keine ahnung ok also tatsächlich sobald unsere kerze ausgeht haben wir auf jeden fall die paranormale hölle am start nice das wird richtig witzig leute die kerze hier hallo ja auf jeden fall im besten zustand ich habe mir noch nie was zu schulden kommen lassen ein massives vergrößerungsglas ne so massiv sieht es auch nicht aus so massiv vergrößert ist auch nicht wenn man sich mal den background anguckt naja egal es ist massiv ja ja nun jetzt wird es aber langsam auch mal wieder zeit für eine neue kerze das ist er bei ihr ja die bilder muss ich hier finden und trie einer frau mit halsband das triketra symbol ist darauf als jetzt mit teilen das herz ob das was mit und und ich bin mir auch schon ziemlich sicher dass ich genau weiß wo ich das hinzubringen habe ach hier versucht er es aber wenigstens ich glaube ich darf auch gar nicht so viel stratzen mit der kerze in der hand gegen die hehehe hehehe Henrietta ist gut drauf ich mach die Oh, ein Kreuz. Okay, die hängen hier überall. Bregt auch nix. Nee, ist der Glaube nicht fest genug. Perfekt. Jetzt brauchen wir uns keine Sorgen mehr machen, Leute. Hier geht es aber echt... Ich wollte gerade sagen, hier geht es noch ein gutes Stück weiter. Ich war gerade am überlegen, ob ich umdrehe und erst mal das Herz wegbringe. Schöne Atmosphäre, ich mag die Geräusche. Wieso, war es sieben oder acht? Das ging viel zu schnell, Leute. Ich habe eine römische... Ich habe auf jeden Fall eine römische Ziffer gesehen. Ich glaube, hier muss ich lang. Oder sieht hier alles gleich aus. Aber ich glaube, der Schrank hier... Hier und hier rechts um die Ecke ist das, glaube ich, gleich. Geht bei der Ente. Das hier? Ja. Wollen wir mal. Doch weg mit der Wand, ja nice. Was ist hier denn für ein merkwürdiges weißes Pulver? Salz. Salz reinigt bösartige Wiesen. Um ein Geist fernzuhalten, streue eine Handvoll Salz. Jetzt gibt es hier aber den Kerzen-Jackpot, Leute. Salzkreis. In jedem Ritual einer spirituellen Beschwörung wird eine magische Barriere durch das Streuen eines Salzkreises erzeugt. Dieses dient dazu, Personen vor dem Bösen zu schützen, was den Salzkreis nicht überschreiten kann. Ja, aber ich kann ihn ja wohl überschreiten. Da bin ich böse. Moment, ist das Böse jetzt hier mit mir drin? Oder war das Böse hier? Naja. Aber ich glaube, Wir haben schon mal ganz gut was vom Anfang hier gesehen. Und wenn euch das bis hierhin gefallen hat, dann freut mich das natürlich ja auch, wenn ihr weiterhin mit dabei seid. Na, wie gesagt, vielleicht wird es auch ein Einteiler werden, das weiß ich jetzt auch nicht. Ich mache jetzt hier an dieser Stelle erstmal einen Break und sage vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid und hoffe, dass wir uns auch zum nächsten Teil von Projekt Nightmare dann wiedersehen. Bis dann, alles Gute. Ciao. Ciao. Untertitelung des ZDF, 2020